Der Skin Kampfbreit von Domino aus Call of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Schuhe, Mehrzweckstiefel in Olive Trap. Brille, runde Brille in Rot. Oberteile, T-Shirt in Rot. Masken, Schemach in Grau. Aufnäher, französische Flagge. Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.